Ja. Bist du schon wieder auf Richtung dem nächsten Turm? Irgendwo. Wolltest du nicht erstmal die Dings machen? Haha, ich knall den ab mit meiner Weltverlust, die kennen. Noch einer weg? Nee. Er hat doch eben gesagt, dass er geht. Ja, der ist doch vorher schon gegangen. Nein. Au. Oh. Achso, das war Dennis. Oh, das war fucking ernst. Wir überleben, nein, ne? Nein, ich bin zu weit weg. Komm mal zu mir, schnell. Schau mir nicht. Nicht mal im Ansatz. Musst ja auch, äh, nach vorne drücken dann, ne? Ah, ist lustig. Oh, Mann. Es tut mir leid, aber ich schiebe dich leider da, als in der Welt. Wir stehen ja nicht ganz wieso. Ich hab mal Frecke. Ich will nicht leben wahrscheinlich oder sowas. Ja, aber ich bin halt sofort in, also gefühlt nach einem Schuss weg. Das ist komisch. Pioong. Loll. Schon zerstört. Aber ein anderes Schiff. Loll, ich hab immer ein anderes Schiff zerstört, als auf das, was ich gezielt hab. Ja, mach erst mal dann Sequest, dann machen wir nämlich gleich dann die Dings. Oh, hier ist ein Punkt. Scheiße. Oh ja, hier ist ein Punkt. Oh. Ja, Mann. Wen hat er gerade zu zerstört. Ey, diese Hyper Velocity Cannon ist echt so P eigentlich. Wenn man die richtig ein, einsetzt. Was? Die schießen von da oben, schießen die die? Wie kann ich... Wie hab ich denn jetzt das umgestellt? Wie kann ich meine Dings umstellen? Meine... Deine? Meine... Mein Blass zum Beispiel. Wie kann ich das machen? Ähm... Mausrad einfach drehen. Hä? Sicher? Bei mir? Du machst denn da verschiedene Waffen? Nee, nicht die Waffen. Den Blass zum Beispiel. Weil ich hab keinen Blass mehr. Ach so. Ähm... Boom. Nee, F1 war das. Ah, F1. Okay. Wow! Wie macht man denn diese Kugeln kaputt? Okay. Ja, hast du noch nicht dafür. Lignese ist das, glaube ich. Wie macht es hier? Ich spiele doch ein. Wie macht es da unten? Wie schaut doch ein... Wie macht es hier? Ja, der Punkt. Hier ist die Kugeln. ...at 66% Boom Oh nein, ich bin tot Der Dribb ist auch 2 Leg, ne? Mh, ja Oh shit, das ist schön Oh Manni, auch wieder weg, ey, fuck, alter Er ist jetzt nicht so geil Was ist weg bei dir jetzt? Ist das Manni da nicht weg, wenn man stirbt? Schluss Aber alles? Ne, ne, ok Leu, hä? Jawohl, alles klar, dankeschön, perfekt Ganz toll Was ist los? Ne, ich bin gespawnt und bin direkt wieder gestorben Lappen, 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 Lappen Ich hab jetzt 16.000 inzwischen, Alter Und die zieht sich wieder zurück Alter, ich hab die nur mit der Hyper Velocity kenn... Ich hab mit der Hyper Velocity kenn einfach 3 Capital Chips von denen auseinandergenommen Ohne dass sie mich überhaupt gesehen haben Das ist krass Wie viel die verloren haben Aber die haben das so verdient Ich meinste, diese Huren Echt so? Was ist Rebell? Ne, das waren nicht die Rebellen Das waren die noch schlimmeren Die mit der Korruption Oh, Alter, die sind richtig scheiße Ich brauch die Executor Die brauche ich Schlesche Krankheit, ne? Ja, aber es ist Zurück gegangen bei mir auf jeden Fall Sprunghöhe geht nochmal in draus So, ich fahr jetzt zur Mission, ne? Zu unserer... Du meinst mit dem Dingser-Boomster da mit dem... Ja... Okay... Irgendwo was ich jetzt hier alles nochmal... Lappen kann, ey... Guck mal... Bei mir bist du tot Bist du wieder tot? Ja... Oh... Bei mir bist du tot... Er hat's nicht gecheckt Ja, das siehst du nicht, wenn du das... Wenn du Upgradest Wenn du die bist Das ist ja mega gut Junge, was geht denn hier ab? Was ist denn hier bei mir los? Auf jeden Fall noch mehr Ausdauer Die Ausdauer ist noch lange nicht genug WUHUHU Mal wieder ein paar Dinger einsammeln Oh, was ist das? Sehr interessant aus Wie gesagt Tim, ich kann dir das Spiel nur an Sets legen Als mit Dennis zusammenspielen Nö... Ich hab... Ich hab hier grad... Andere Sachen zu tun Ne, ich merkste schon Du musst Kreuzer zerstören, fernichten Scheißes Gebellen Abschaum fernichten Ich finde die kriminellen Organisationen viel schlimmer Ja, die sind einfach so... Kann ich doch beschissen werden Ja Aber was soll's Alter... Du meintest ja... Mh... Achso, ist das dann einfach ein Upgrade von dem anderen? Oder... Ne, geht das dann sowohl als auch Oh, das ist scheiße Weil... Dann belegen die ja beide Plätze Äh... Ich glaube Ja, okay Ist doch nicht so schlimm Ich kauf mir das mal Wenn das wirklich so viel bringt, wie du sagst Aber ich glaub du musst nicht die kleine bauen Kannst auch nur die große bauen Doch, man muss die kleine bauen Sicher? Auf jeden Fall, ja Sonst wird einem die gar nicht angezeigt die große Okay, 85 Mal sehen Wie viel Ah, meine Fettflockte ist angekommen Alter, wie hoch man inzwischen springen kann nur Ja Holy Shit Ich finde die Stadt sieht auch so geil aus, ne? Boah Ich hab so ne geile Flotte mittlerweile Hab ich auch Wetten nicht Wetten doch Ich bin bereit Und meine ist heftiger Kannst du jetzt sein Ich bin mal rein Aber... Justus? Ja Wollen wir jetzt erstmal Berlin Tag und Nacht gucken? Das können wir machen Hier warte, ich muss mir dafür noch Dinge zu und kurz Chips Ja, okay Berlin Tag und Nacht Fuck Ach, warte, ich muss auch mal kurz meine Sachen umbelagern Das ist ja nicht das höchste Gebäude Für Berlin Tag und Nacht, natürlich Ähm Fuck, wie heißt das nochmal? Ja, ja genau Berlin Tag und Nacht Berlin Tag und Nacht Wie hieß denn das nochmal? Jetzt bin ich bei Planet So Was wäre wenn? Es sind noch so viele von den Dingern, ne? Scheiße Ich lass das erstmal, das reicht glaube ich erstmal für die nächsten drei Jahre Dinger Dennis ist immer noch um zugucken, ne? Von kurzem Ja Nein Der ist verpufft auch irgendwann Tim? Ah sorry, das sind die Chips Oh die muka, Alter Ja Na Das hat er, hat Tim gerade das Ding reingesendet oder was? Ja Ja Ich speichere die eigentlich nach jeder Dings, ja ne? Dann No Es ist traurig Aber jetzt muss ich steigen god Und ich kann nicht mehr Mann Nicht genug Geld, ich hab kein Money mehr. Oh, ne, Verschuldigung. Todesufrieder, Junge. Laden hacken? So, Ziel erfüllt. Wo jetzt hin? Bring ein Fahrzeug zu Wimjobs. Was noch? Und dann bist du da mit dem Sam über mir. Dann machen wir den nächsten, das nächste ist nämlich schon der Kunde den Turm. Den haben wir auch noch nicht gemacht. Kann man eigentlich sehen welchen Tor wir schon gemacht haben? Guck mal auf der Map, da kannst du die Viertel sehen. Glaub ich. Ach, ich seh schon. Könnt ihr mir vorstellen, dass immer ein Viertel noch ein Power ist oder so? Ich glaube den haben wir gemacht. Guck mal, muss ich irgendwo Türme oder sowas stehen? Gateways. Let's leave. Nach unten. Nach unten. Ne. Nix los. Werden wir schon sehen. So, abgeschlossen. Auch ne Karre hingebracht? Ja, wow. Ja. Ja. Also Motorrad aber ja. Ja, dann dürftest du jetzt auch Dings bekommen haben. Dürfst du jetzt ja auch Dings hier bekommen haben. Dings? Komm drauf. Kohle. Ja, dann nimm mal das nächste. Das ist der Turm da vorne. Dann komm zu dir. Du musst genau in die andere Richtung fahren. Komm. Oh. In den Eimer, in den Wiefkästen und so ist viel Geld. In den, in den Mail Sachen. Oh. Die werden auf mich jetzt geschossen, hallo? Ich glaub, sag. Oh. So. Weißt du, wer hin muss? Wer hin müssen? Virus-Sammlung. Hier ist wieder so ne Virus-Sammlung. Ja, du musst hier zu mir mal kommen. Ich bin. Oder du willst das Ding halt aus den, ähm. Den, äh. Die Side-Quest. Wuhu. 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 Das ist auch rausgewählt, ne? Ja. Jo, kannst du bitte schon springen. Wo? Wo? Nein, ich fall wieder ganz vorne. Ich immersehe ein Paar, weil ich vielleicht nicht den Weg geht dem man geht. Ich spring einfach ...hoff. aber wenn du auch hoch gehst, dann kriegst du die an. Muss ich mal. Ich bin einfach dabei gelaufen. Oh oh, wir sind... Okay, verwirrt. Ich fahr auch nicht runter, weil er mich nicht hat... ...kettan lassen wieder. Haha, da bist du ja auch. Ja. Ich setze mir mal hier die ganzen Datenbremdungen ein. Da hingen sie an, da waren die Dinger. Ich denke mal, wir haben alle mitgenommen. Vielleicht werden wir das bestimmt, wenn ich beim runtergehen nochmal merke. Das sieht aber sehr gut aus. Nein, ver... Fuck off, ey. Das fiss ich, aber das... ...absolut nicht der richtige Ausflug verdient. Oh oh. Wuhu! Ich geh mal davon aus, dass ich... ...weil schon alle Sachen eingesammelt sind... ...dass du hier nicht schon langgegangen bist. Ein paar, ja. Ja, da habe ich meistens... ...no fuck. Äh... Ach, bin wieder hoch. Wir sind fast wieder... ...vontag geflogen. Wuuuuh. Wollen wir das hier hacken, oder was? Ne. Hm. Wir haben ein bisschen Money. Ziel erreicht. Da gibt's wieder ein Aufstieg. Okay. Mal seh ich nicht geil aus. Was? Ich hab doch keine Weckladung. Oh, geil. Oh, mhm. Ja, ich find das geil. So würde ich halt auch rumlaufen. Ja, ja. Mit so einem Scheiß. Windlaufspringer... Bin ich wohl schon rumgelaufen, glaub ich. So war ich schon mal beim Penny. Relativ sicher. Ist ganz sicher, ja? Relativ sicher, ja. Also, wohin? Wollen wir? Weiter. Gleiten verbraucht weniger Ausdauer. Ja, war da ganz kurz. Erstmal ein bisschen Wargeld hier einzahlen. Einzahlen ist das, glaub ich, gar nicht. Achso, ja. Stimmt. Ab 28.000 jetzt. Nix, schon. Nicht wenig. Um Sprinttempo erhöhen. EP-Bonus haben wir hier noch. Sprint-Wandlauf. Wuhuu. Supersprung. Gleitendeffizienz. Komm, guck. Genau, das war das. Jetzt hab ich wieder kein Money. Bin wieder Out of Roofing. 500 überweisen. 500 kriege ich. Juhu. Cool. So. Da hinten ist das nächste. Ready? Bei mir ist markiert 2.261 Meter. Ich hab halt immer ein ganzes Money verloren, ey. Das ist so ein... Scheiß, ey. Oh, der hat den ganzen Abgeheiz hier nicht machen kann. Mixtapes. Bandenfähigkeit. Kamera. Ey, aber das können wir mal machen, wenn wir gleich Geld haben. Äh, Bande-Wiederbelegung, dann haben wir mehr... Oder? Ach ne, das ist nur für Band. Das schon. Gesundheit. Uh, das mach ich jetzt zunächst. Ich hab leider nicht mehr genug Money, um alles zu graden. So, jetzt. Ich auch nicht. Es gibt Level Level 9 jetzt. Level 9? Ja. Also du siehst, wo wir hin müssen, ne? Nein. Äh, man kann's mir näher hier. Ich hab's nicht gemacht. Mach du dann. Mach du einfach ein Markier. Markieren sehe ich auch, glaub ich. Ich hab ja nicht schon markiert. Ne, ich seh's nicht. Bei mir sind markiert. Ich weiß nicht, kann ich jetzt Tabulator öffnen? Nein, kann ich nicht. Wer hat mich jetzt einfach segeln kann, ne? Ja. Scheiß mal aufm Auto. 1000. Eigentlich auch Mission Objective, deswegen muss ich das eigentlich auch ziehen. Könnt ihr eigentlich auf dem nächsten Trump schon wieder rauf. Egal. Lassen wir mal, ne? Ja. Erstmal noch nicht. So, irgendwo da vorne müssen wir jetzt hin. Müsstest du aber eigentlich bei dir auch drinnen haben, oder nicht? Ich seh's nicht. Vielleicht nur wenn ich's mache, weil ich der Host bin. Ich markier nochmal kurz. Also muss... Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Die ist wieder alles voller von den Datensammlungen. Wo bin ich denn? Ich behindert? Wo sind wir denn? Gott, ich bin wirklich leicht behindert. Ich geh auf jeden Fall auf irgendeinem... Bei irgendeinem... Dingsterbums ist das hier. Ah, da bist du. Da fliegst du lang. Ah, da bin ich. Ah, lol. Hier. Müsstest du jetzt eigentlich markiert haben? Müsstest du jetzt eigentlich markiert haben? Burnt. Bist du noch in der Nähe von mir? Bist du noch in der Nähe von mir? Bist du noch in der Nähe von mir? Bist du in der Nähe von mir? 300 Meter. Links von dir. Ich hab's jetzt eigentlich auch markiert. Okay. Ich kann's gerne nochmal machen. Müsstest du jetzt eigentlich markiert sein? Müsstest du jetzt eigentlich markiert sein? Müsstest du jetzt eigentlich markiert sein? Ich stehe trotzdem direkt neben mir. Also da wo ich jetzt bin. in der Nähe von mir bin. Okay. Ich komm zu dir. Wenn ich wieder auflade. Kann ich halt schnell irgendwas habe. Wie die fahren, wenn man die einmal abschießt, ey. You just made my day. Wie die die alle umfahren, Alter. Money. Nee. Ich hab hier echt rausgeschossen. Okay. Ich hab's grad einmal drüber geflogen. Ja, ich hab das Teil noch mehr geholt. Sehr wahr. Jetzt müssen wir, glaub ich, vandalieren oder sowas wieder. Oh, das ist... Oh, ja. Aber nur mit den Händen. Moment, was? Nee, Adrenalin. Achso, nee. Wir müssen die Dinger entlanglaufen, wenn ich das richtig sehe, oder? Dinger? Was müssen wir denn machen? Oh, fuck. Wir müssen Pumpenflug machen. Das war's. Wie mach ich denn das? Wiß ich nicht. Hm? Was ist... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ahhhh! Fuck me! Ugh! Nobody can stop it! Die fliegen hier nicht mehr so ordentlich. Die fliegen, die fliegen, die fliegen. Die fliegen, die fliegen. Das ist die Idee, dass das manchmal nicht so richtig funktioniert. Die fliegen, die fliegen, die fliegen. 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 Ich kann dir das gerne Ich muss eigentlich Geld bekommen Ich möchte mir gerne Ich habe es nochmal markiert für dich Du wirst es jetzt eigentlich auf der Karte sehen können Ich brauche 11.000 Dann kann ich mir nämlich noch ein Upgrade kaufen Das finde ich ganz gerne Ich habe hier nur Kohle Ich brauche nicht mehr so viel Tut einfach jeden den ich hier sehe Dann passt das schon Alter Oh Loll Junge die haben ja ganz neue Attacken Alter das wusste ich ja noch gar nicht Alter Mit dem Sprint Dann die ganz neue Attacken Auf die Leute zu gehen Geil alter Die alte Alter Am besten ist der hochstrengende Auf die Lande mit beiden Füßen Ja So geil Alter So der shit Ich bin jetzt einfach so krank ne Wie der die wirft So behindert Junge das ist so krass Wie man diese Menschen auf brutalste Art verletzen und töten Voll geil Wie macht man denn nochmal super Kick Alter Junge Wie hat die Aufspieße Zeit mit höchste Alien Bekannt Wie hat den